Es gibt Momente am Tag, wo selbst ich nichts mehr sage. Selten, aber doch. Und das jetzt ist so einer. Vielleicht sagt es jetzt auch mal nichts und schaue nur, was es da zu schauen gibt. Und das ist so einer. Bevor ich es vergesse, das ist der Hintersteiner See. Bevor ich es vergesse, da haben wir auch schon gedreht. So ist es nicht. Und bevor ich jetzt wieder reinlatsche und in die Stimmung versaue, gehe ich jetzt raus. Und dann für Sie allein. Viel Spaß. Bevor ich es vergesse, live ist das sowieso ein Hammer. Also, bis bald.